Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testen Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns den lieben Xurr an, was er so dabei hat und ob sich ein Kauf lohnt. Wie immer zuerst das Vermächtnis-Engram. Hier ist wichtig zu sagen, hier kriegt man nur ja 1 Gegenstände raus. D.h. aus diesem Engram gibt es keine neuen Füsse, also exotische Füsse natürlich, sondern nur aus Jahr 1. Soweit ich weiss ist da das Lichtlevel bis 170 und das kann man nicht hochinfundieren. Also lohnt sich nur bedingt, falls man irgendetwas aus Jahr 1 bräuchte. Dann gehen wir zu der Heilrüstung. Das ist eine Rüstung für den Titan und da kriegt man eine zusätzliche Granate. Eigentlich sehr sehr beliebt und sie ist auch sehr gut. Mittlerweile gibt es aber den Dämmerbruch Garnison. Der wird dann häufiger gespielt, weil man da einfach mehr Agilität hat. Nichtsdestotrotz ist die Heilrüstung auch im PvP sehr sehr gut zu gebrauchen. Denn gerade zwei Blitzgranaten, um einen Raum komplett abzudecken mit einer Granate bzw. mit zwei halt, ist extrem stark. Auch im PvE ist es nützlich, wenn man mehrere Granaten hat. Oder mit dem Hammer Titan kann man da natürlich über Gesundheitsregneration arbeiten, wenn man jetzt mit der Granate jemanden killt. Das lohnt sich alles sehr. Aus diesem Grund ist die Heilrüstung eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite her. Sie ist wirklich gut. Im PvP kann man sie gut brauchen. In Osiris, im Eisenbanner und PvE ist sie auch absolut nützlich. Wird also keine Fehlinvestition sein, wenn man das Teil jetzt kaufen würde. Dann gehen wir weiter für Siegel. Der Ahamkara Griff ist für den Jäger und hier kriegt man einen zusätzlichen Nahkampfangriff. Das bedeutet also, der Revolverheld hätte da einfach zwei Wurfmesser. An dieser Stelle direkt schon die Info, wenn ihr jetzt sagt, oh cool, da kann ich schon von der Skillung her zwei Wurfmesser einstellen und dann noch die Griffe. Dann habe ich drei. Geht nicht. Maximal ist zwei. Höher als zwei. Geht nicht. Aber man hat dann natürlich auch zweimal den Momentschlag, wenn man jetzt mit der Klinge spielt oder hat zwei Rauchgranaten. Das macht das Ganze schon relativ lukrativ. Gerade im PvE dann zweimal eine Granate, also eine Rauchgranate haben, wo man sich unsichtbar machen kann. Ist sehr sehr nützlich. Oder auch im PvP zwei Granaten, die den Feind vergiften. Warum nicht? Macht auch Sinn. Zudem ist es so, dass Nahkampfschaden die Primärwaffe nachladen kann. Das ist natürlich auch cool. Ein kleiner netter Nebeneffekt kann man hier nicht wirklich groß nutzen. Aber versiegelte Armkarergriffe sind wirklich nicht schlecht. PvP-technisch würde ich jetzt sagen, ist es nicht unbedingt ein Must-Have Gegenstand. Keineswegs. PvE-technisch würde ich sagen, ist er doch sehr sehr nützlich. Denn man kann da gerade die eine oder andere Stelle mit der Rauchgranate ganz gut abdecken. Weil man kann ja auch sein Team unsichtbar machen. Und wenn man das Team dann zweimal unsichtbar machen kann, ist das schon nützlich. Man braucht sie nicht unbedingt. Ist kein Must-Have Gegenstand im Allgemeinen. Aber sicherlich nicht schlecht, wenn man sie kauft. Dann kommen wir zu der Leerefangzahnkleidung. Die Leerefangzahnkleidung ist für den Warlock eine exotische Brustrüstung. Und hier starten wir mit voller Granatenenergie. Also wenn wir gestorben sind und wieder einsteigen, haben wir wieder volle Granatenenergie. Dazu komme ich später nochmal darauf zurück. Und die Axiom-Blitzgranate gewährt einen zusätzlichen Sucher. Nun, was heisst das? Der Leereläufer hat eine Granate, die heisst Axiom-Blitz. Wenn man die in die Feinde wirft, dann teilt sich die in Sucher auf. Das heisst kleine Sucher suchen dann Feinde und greifen die an. Nun, hier wird einfach noch ein zusätzlicher Sucher generiert. Sind nicht so viel. Ich glaube 3 oder 4 sind es dann maximal. Ich glaube 3, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ist für PvP nicht so der Hit mit dem Sucher. Aber die erste Fähigkeit ist extrem interessant. Denn man kann beispielsweise mit dem Warlock, mit dem Sonnensänger, kann man doppelte Fusionsgranate spielen. Wenn man dann stirbt, im PvP Match beispielsweise, stirbt, hat beide Granaten rausgehauen, stirbt, steigt wieder aus, hat man wieder beide Fusionsgranaten. Das heisst man kann eigentlich fast immer mit 2 Fusionsgranaten rumlaufen und nach dem Tod hat man wieder 2 Fusionsgranaten. Das funktioniert natürlich mit allen Kombinationen. Das heisst, egal welche Granate ich reinnehme, wenn ich sterbe und wieder einsteige, habe ich wieder voller Granatenenergie. Das ist sehr sehr nützlich und spiele ich teilweise auch gerne im PvP, einfach weil es Laune macht. Man kann viel mit Granaten arbeiten und das ist schon cool. PvE technisch? Ja, nicht unbedingt. Da gibt es bessere PvE. Da gibt es jetzt da nicht gross den Vorteil raus. Im Großen und Ganzen ist es auch kein Must-Have Gegenstand, aber gerade im PvP macht er doch schon Spass. Also das heisst, wenn man mal sagt, das will ich mal ausprobieren, das klingt gut, 2 Fusionsgranaten, warum nicht, renne ich doch mal damit rum, kann man da eine Kombination erstellen. Kleiner Hinweis übrigens noch, der mir gerade eingefallen ist, deswegen habe ich es reingeschnitten, man kann hier auch mit dem Artefakt das Ganze kombinieren. Das heisst, man hat hier auch die Möglichkeit, das Artefakt zu nehmen, wo man 2 Granatenaufladungen kriegt und seinen Super dafür verliert. Bedeutet also, man könnte hier auch 2 Axiom-Blitzgranaten reinnehmen, dann das Artefakt, eben dass man 2 hat und wenn man dann stirbt, hat man wieder 2 Axiom-Blitzgranaten. Wäre auch möglich als Kombinationsmöglichkeit. Ich denke, ich werde dazu dann noch Fokuskombinationen erstellen, weil da bietet sich noch vieles an, das ist ziemlich cool. Dazu lasse ich mir aber noch ein bisschen Zeit, ich habe noch anderes zu tun. Gut, aber wir wollen ja fokussiert weitermachen. Ich wiederhole mich nochmal ganz kurz, die Brustrüstung ist kein Must-Have-Gegenstand, aber macht im PvP sicherlich Spass und hat Kombinationspotenzial. Dann, Mida Multi-Werkzeug, eine der beliebtesten Waffen der Zeit lang und auch jetzt nichtsdestotrotz noch eine sehr, sehr gute Waffe. Sie ist im PvP sehr, sehr beliebt, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist sie sehr, sehr simpel zu bedienen, man kann Scharfschützen sehr gut duellieren, ohne dass man Scharfschützengewehr hat. Ist also eine sehr, sehr gute Kontermöglichkeit gegen Sniper. Meines Erachtens nach kann man gut mit der Schrotflinte kombinieren, weil man eine Long-Range-Waffe hat und dann Schrotflintechnisch was im Nahkampf. Also die absolute PvP-Waffe. Wer sie noch nicht hat, ich würde es allen ans Herz legen, die mal zu kaufen. Die wird sehr, sehr häufig gespielt, immer wieder mal und wenn man da selber mal mitmischen will, mit dieser Mida Multi-Werkzeug, dann ganz klar ein Kauf. PvE-Technisch, jein. Es ist so, wie es mit allen ist, fast alle exotischen Primärwaffen sind nicht so sinnvoll zu nutzen, weil sie halt die Slots für Schwere oder für Special wegnehmen, eben weil sie ja exos sind. Was aber hier einen Vorteil gibt, diese Waffe hat einen Bewegungsschub. Das heisst, man ist mit der Waffe schneller unterwegs. Mal ganz kurz gucken, wo es drauf ist. Diese Waffe bietet einen Bewegungstempo-Schub und das ist eigentlich der springende Punkt. Das heisst, man ist einfach mal schneller unterwegs. Dann kann man hier noch Leichtgewicht skillen, damit man mehr Agilität hat und man ist im Allgemeinen einfach schneller unterwegs mit der Waffe. Hat man sie ausgerüstet, man spürt es, man rennt schneller, also man sieht es, man fühlt es vom Laufverhalten her, von dem Char, man merkt es schon. Deswegen ist sie bei mir sehr beliebt, eine meiner Lieblingswaffen. Nicht, weil sie von der Handhabung leicht ist, sondern weil sie den Temposchub gewährt. Ich bin ein schneller Spieler im PvP, ich mache viel über Bewegung, ich bin nicht der Aim-Gott oder so. Ich fange an, Feinde auszulaufen und da brauche ich halt Tempo und da bietet sich die Mide halt perfekt an. Gut, dann gehen wir weiter. Wir hätten momentan aktiv Herz aus Gold, das Waffenornament und Ikonoklast. Falls man dazu die passende Exo hätte, könnte man die Exo jetzt kaufen. Dann die Smarktspule und die Tarnantrieb. Ja, dankeschön. Tarnantrieb. Diese zwei, ähm, Faden verloren. Die graden einen blauen Sparrow zu einem legendären Sparrow ab. Das heisst, wenn man ein bisschen schnelleren Sparrow haben möchte und da noch nichts Schönes hat, kann man das hier upgraden mit diesem Stückchen. Schwere Munitionssynthesen. Hier kann man mit diesen Synthesen die Fraktionen ganz gut leveln. Einerseits haben wir Münze zahlt man und erhält drei Synthesen. Lohnt sich wirklich, um die Fraktionen zu leveln. Da habe ich mal einen Guide gemacht. Ich glaube, ich blende den einfach hier mal kurz ein. So, ein Stückchen kaufe ich mir noch und dann gehen wir weiter. Dreie Münzen, hervorragende Möglichkeit, um exotische Gegenstände zu farmen, in Anführungszeichen. Man hat hier einfach die Möglichkeit, exotische Engramme zu erhalten, wenn man das fleißig einsetzt. Habe ich auch immer wieder ein paar Stück und setze die immer wieder mal bewusst ein. Dann die Glasnadeln, dazu muss ich nicht viel sagen. Hier kann man Rüstungsteile umwürfen von den Fähigkeiten und den Stats. Ja, in der Beschreibung ansonsten mehr Infos. Dann Lichtpartikel. Hier können wir ein Lichtpartikelchen erhalten, wenn wir zwei seltsame Münzen zahlen. Ist absoluter Unsinn, meines Erachtens nach, außer man braucht unbedingt Lichtpartikel. Denn Lichtpartikel kriegt man immer wieder mal und seltsame Münzen sind wesentlich wertvoller. Deswegen empfehle ich das nicht, außer es ist gerade dringend notwendig. So, das war es auch schon von dem lieben Xur. Wenn das Video gefallen hat, lasst doch ein Like, da würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, ich konnte hier die Entscheidung ein bisschen unterstützen mit meiner langjährigen Destiny-Erfahrung. Ich bin ja schon Destiny-Weteran, denn ich habe Destiny schon gespielt seit der Beta. Und habe da natürlich die ein oder anderen Updates und Erfahrungen gemacht mit den Waffen und Rüstungen. Ich hoffe, ich konnte unterstützen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.